hey ho leute nur ein kurzes update von mir alle die gerade auf die nächsten witcher 2 part warten müssen sich noch ein bisschen gedulden er ist längst aufgenommen und theoretisch auch geschnitten aber youtube lässt mich diesmal nicht durchkommen und ich kriege auf das video jedes mal ein plus 18 rating was heißt keiner der nicht offiziell einen nachweis mit ausweis oder sonst was über sein alter eingereicht hat was einfach keiner macht kann dieses video dann gucken und das bringt mir nichts das bringt euch nichts und ja ist sehr schade aber ich muss das video hier und da schneiden schrägstrich zensieren sonst kriegt das nicht auf youtube was ich unfair finde weil andere leute kriegen das anscheinend umgeschnitten hochgeladen ich weiß es nicht youtube hat ja auch vor kurzem die guidelines geändert und sind jetzt mega streng auf alles was nicht christlich amerikanisch ist ich weiß es nicht ja daher geduldet euch ein bisschen ich muss mich da in die kunst der zensur einarbeiten daher wird es demnächst erstmal wieder ein neues 45 minuten format video geben und dann kommt auch noch das finale von defiance ich wollte euch darüber nur kurz informieren und wir sehen und hören uns bis dann los